Schauen wir uns jetzt mal gemeinsam viele der neuen Effekte an. Zunächst nehme ich mal hier ein Bild und zeige daraus eine Komposition. Wir holen uns mal mit gedrückter Steuerungs-Zirma-Command-Taste das Fenster Effekte und Vorgaben raus. Wenn ich hier CC eingebe, dann bekomme ich eine Liste aller Psycho-Effekte. Auf der einen Seite sind hier eine ganze Reihe neuer Effekte, die es vorher in After Effects nicht gegeben hat. Ungefähr 10 neue Effekte. Auf der anderen Seite sind viele Effekte aktualisiert und arbeiten jetzt im 16- oder im 32-Bit-Farbmodus. Es können also mit Bildern und Videoclips umgehen, die zum Beispiel in 10- oder 12- oder sogar 16-Bit-Farbtiefe aufgenommen sind. Selbst mit High-Dynamic-Range-Bildern in 32-Bit-Farbtiefe können viele der Effekte noch umgehen. Da lässt sich jetzt hier auch filtern, das sage ich nur 32-Bit-Kanal-Effekte anzeigen. Das heißt, man sieht, eine ganze Reihe der Psycho-Effekte sind jetzt schon 32-Bit. Man muss auch ein bisschen aufpassen, wenn man einen dieser 32-Bit-Effekte verwendet und danach einen benutzt, der nach wie vor in 8-Bit arbeitet. Dann bekomme ich hier oft so eine Warnung angezeigt. Haben wir jetzt alle CC. Hier wieder zum Beispiel ein 16-Bit-Effekt. Und der sagt mir jetzt, hey, es kann sein, dass der da oben Farben produziert, die jetzt hier von dem zweiten Effekt nicht mehr verarbeitet werden können. Das betrifft nicht nur die Psycho-Effekte. Auch viele der After-Effekte sind in 32-Bit. Zum Beispiel der bekannte Transformieren-Effekt ist jetzt ein 32-Bit-Effekt geworden. Zu den weiteren 32-Bit-Effekten gehören der Schlagschatten-Effekt, Füllung-Effekte, Iris, Radial und Linear, Wipe, verschiedene Fotofilter oder der Fotofilter und der Zeitverzerrungs-Zeitverkrümmungseffekt. Also eine ganze Menge mit mehr Farbtiefe jetzt möglich. Ebenso spannend, was ich ja schon sagte, sind die neuen Psycho-Effekte und die wollen wir uns jetzt einfach mal anschauen. Zu den neuen Effekten gehört der Psycho-Cross-Blur, der Color-Neutralizer, der Kernel-Effekt, der Threads-Effekt, ein Environment-Effekt. Aktualisiert wurden die Effekte Rainfall und Snowfall. Die haben viele neue Optionen hinzugekommen. Dann gibt es noch Effekte wie Block-Load, Line-Sweep, Warp-O-Matic und Overbrights. Schauen wir einfach mal ein bisschen rein in die Sachen, die man hier neu benutzen kann. Wir fangen mal mit diesem Threads-Effekt an. Der macht hier schon mal eine ganz nette Blende. Vielleicht nehmen wir nochmal unser zweites Bild mit in den Hintergrund dieser Komposition. Sieht man, durch die Blende kann man nämlich das erste Bild im Hintergrund dann sehen. Ich kann hier die Richtung einstellen. Ich kann hier sagen, wie stark die Texturen da drauf sein sollen. Das sind hier, wie man sieht, so feine Linien nochmal oben drauf. Wie stark sollen die Schattierungen hier sein? Und wie weit soll die Abdeckung sein? Das heißt, hier kann man das Ganze zum Beispiel gut als Blende benutzen, um etwas einzublenden. Später vielleicht die Schatten wegzunehmen und die Texturen. Dann habe ich auf die Art und Weise eben das gesamte Bild. Man kann diesen Effekt auch animieren, indem man hier die Center-Eigenschaft verschiebt. Es gibt die Möglichkeit, hier die Überlagerung einzustellen oder die Breite und Höhe. Gehen wir die Liste mal weiter nach unten. Hier finde ich, wie eben schon angesprochen, die Effekte Rain und Snowfall. Auch die weisen wir mal dieser Ebene zu. Und man sieht deutlich mehr Optionen hier. Da erhöhen wir mal ein bisschen die Deckkraft und vielleicht die Größe der Schneeflocken. Wenn man vielleicht ein bisschen besser etwas erkennen kann. Natürlich ist dieser Effekt auch gleich animiert. Dieser Schnee, den wir jetzt sehen, hat deutlich mehr Tiefe als noch in Vorgängerversion von Schneeflocken. After Effects. Und ich habe dann natürlich noch die Möglichkeit, hier Windgeschwindigkeiten hinzuzufügen. Auch eine Vibration beispielsweise. Dass nicht alles gleichmäßig nachher fällt. Hier gibt es verschiedene Überblend-Modi. Wie wir das in die Szene aufnehmen können. Und ich habe die Möglichkeit, hier auch die Zufälligkeit nochmal zu verändern und anzupassen. Auch hier im Offset-Modus sieht man sehr schön, dass dieser Effekt auch mit 3D-Objekten im Zusammenspiel ist. Da vielleicht kann es interessant sein, hier die Elemente, die weiter hinten sind, wegzunehmen und vielleicht auf eine zweite Ebene quasi etwas zwischen diese Schneeflocken zu setzen. Snowfall, Rainfall ist genau das gleiche. Einziger Unterschied, hier habe ich halt Regentropfen. Während ich mit dem anderen eher etwas hatte, was wie Schneeflocken aussieht. Das bietet sich eher an, um Regen zu simulieren. Übrigens, da wo das Bild herkommt, bei mir aus Eckernförde, haben wir sehr viel von diesem Regen. Ich bin also nicht auf ein Rainfall-Filter angewiesen. Ich warte einfach einen Tag und dann kriege ich das Bild auch mit echtem Regen. Ebenso nett auch der Block-Load-Effekt. Hier habe ich die Möglichkeit, wir schalten mal das Hintergrundbild aus, das Bild aufzubauen. Aus Blöcken, Start-Clear, schalten wir mal aus. Zunächst sieht man hier noch nicht, dass sich irgendetwas tut, aber in dem Moment, wo ich hier die Completion erhöhe, sieht man, dass das Bild feiner aufgelöst wird. Also es fängt hier sehr stark gerastert an. Man kann sagen, wie stark, indem ich hier dieses Scan-Wert verändere. Gehen wir mal einen Wert von 12 vielleicht zu Beginn. So, wir ein bisschen raus. 12 war vielleicht etwas zu viel. Aber wenn wir jetzt hier die Scan-Geschichte nach oben drehen. Ich lasse das mal wirklich animieren. Wir fangen mal bei 0 an. Gehen mal hier zu ein paar Sekunden. Setzen diesen Wert jetzt höher. Dann bekommt man so langsam eine Idee, was hier passiert. Es ist wie so ein Monitor-Bild, was sich von oben nach unten aufbaut, während es vielleicht lädt und dabei immer schärfer wird. Könnte ein ganz netter Effekt sein für so eine Art Monitor, der sich dann langsam aufbaut. Ein Effekt, den ich ebenfalls jetzt schon schätzen gelernt habe, ist der Cross-Blur-Effekt. Hier kann man einen Radius angeben. Und ich mag, wie die Unschärfe mit dem scharfen Element hier zusammengeändert ist. Das finde ich hat nochmal einen ganz interessanten Aspekt gegenüber der Richtungsunschärfe aus. After Effects, Kantenpixel lassen sich hier auch natürlich wiederholen. Ich kann das ineinander addieren, via Screen-Befehl zusammensetzen. Und ich finde, es ist ein toller Blur-Effekt. Schöne Unschärfe, die ich damit entsprechend erreichen kann. Und wenn wir dann mal hier weiter runter in die Kategorie gehen, dann gibt es hier einen neuen CC-Line-Sweep-Effekt. Auch den weisen wir mal in meinem Bild zu. Hier kann man sagen, wie stark soll sozusagen der Aufbau sein. Die Line-Completion, der nimmt das Ganze eben ähnlich wie der andere Effekt auch in Blöcken das Bild auseinander. Ich kann die Richtung hierbei angeben. Und die Dicke, beziehungsweise die Anzahl der Linien. Wer weiß, vielleicht ergibt sich das eine oder andere, wo man auch so einen Effekt, so einen Übergang mal einsetzen kann. Ebenfalls aus der Kategorie der Übergänge gibt es hier den Warp-A-Mortik-Effekt. Der scheint mich jetzt hier zu warnen. Ah, ich habe noch ein 32-Bit-Projekt eingestellt. Brauchen wir hier gar nicht für das Footage. Mit der Alt-Taste kann man hier draufklicken und die Farbtiefe nochmal ändern. Und hier sehe ich jetzt meinen Warp-A-Mortik-Effekt. Hier kann man einfach mal die andere Ebene auswählen, also den Tanker. Und dann kann ich hier sagen, wie schnell, wie stark soll sozusagen das eine in das andere Bild warpen. Es gibt dafür für den Übergang verschiedene Einstellungen. Zum Beispiel kann ich hier den Schwerpunkt auf die lokalen Unterschiede legen. Oder ich kann hier sagen, wie weich soll das Warpen sein, wie viel Detail soll dabei sein, wie stark soll das entsprechend stattfinden in den lokalen Bereichen hier. Das ist vielleicht jetzt gerade ein bisschen zu viel. Wir machen mal lieber das Ganze wieder ein bisschen glatter. Und ändern den Wert hier mal. Es gibt auch verschiedene Methoden, ein Twist-Warp durchzuführen beispielsweise hier. Das kann man ja ein bisschen so anpassen, wie es einem besten gefällt. Und dann wird aus einem kleinen Fischgutter gleich ein Riesentanker. Ich glaube, 6000 Bruttoregistertonnen. Aber ich kenne mich da nicht wirklich aus mit der Seefahrt. Ja, und dann gibt es den Lookup-Table-Effekt. Den Farblut-Anwenden-Effekt. Den, ich glaube schon, in After Effects CS55. Aber der kann jetzt mit den Lookup-Tables von Adobe Speedgrade umgehen. Und ich habe mir hier mal solche Lookup-Tables, die im Photoshop CS6-Ordner liegen. Gehen wir mal kurz hier zurück, wo die genau liegen. Hier ist mein Photoshop-Programm-Ordner, Photoshop CS6. Dort im Ordner Presets. Unter 3D-Lutz, da liegen die verschiedenen mitgelieferten, in Photoshop eigentlich mitgelieferten 3D-L-Cube-Dateien. Und dort kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte hier diesen Bleach-Bypass-Effekt haben. Das kann ganz reizvoll aussehen hier auf meiner Ebene. Können wir mal einen anderen ausprobieren. Hier Crisp-Warm-Look. Auch hier sieht man, es bekommt eine sehr schöne Färbung. Und mit Adobe Speedgrade lassen sich natürlich auch noch weitere solcher Lookup-Tables anlegen, die ich dann in After Effects über den Lookup-Table-Filter neuerdings importieren kann. Ja, das war mal eine Übersicht über die vielen neuen Effekte, die zum Experimentieren in After Effects CS6 einladen. Ich denke, Sie werden beim Ausprobieren genauso viel Spaß haben wie ich. Ich denke, Sie werden beim Ausprobieren genauso viel Spaß haben wie ich.